Meldung an alle Einheiten. Kein Frühstück. Ja, komm. Das haben wir schon gesehen. Also, jetzt wissen wir. Durch Zug bekommen wir einen total schade. Die nehmen. Und die nehmen. Und die nehmen. Und die nehmen. Genau, du wirst nicht mehr ein Paar. Hast du ein... Bullshit hier. Der ist jetzt 1 Kilometer von uns. Wo ist denn die Tre... Wo ist die... Der Erde rum, weißt du? Nee. Ich muss mal Map aufrufen. Äh, pfff. Okay. Äh, äh... Okay. Oh my God. Oh my God. Warum soll ich jetzt schon wieder links? Ja, okay. Übernichtig. Boah! Was ist das für ein Ernst? Bremsen wir. Das ist gut. Cool. Cool. Das ist rechts. Gott sagt, rechts! Das war ein schlechter Einsatz. Nichts. 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 Den packen. Nichts. Das ist auch nicht jeder. Oh, okay, bei dir du schon ist ganz schön. Ach, hier! Nichts, nicht. Nichts. Oh, okay. Das ist alles geil. Ach, nee... Soll ich rein? Soll ich rein? Was ist denn da? Ja, fahig! Soll ich mal nehmen? Ich bin zugegeben. Ich bin zugegeben. Oh, ohne Spaß, wo führt der mich denn hin? Ja, okay, passt auf, ich fahre jetzt, weil der kann ja da E plus zurück, dann fahre ich jetzt da, genau. Ja, sieht so aus, wie wollen wir den stoppen? Ausbremsen, was sonst? Der wird so viel PS unter der Haube haben, dass er uns einfach wegschiebt. Dann müssen wir mal austesten, welches Auto mehr aushält. Wie, zu Klump fahren? Aber das schöne Auto! Äh, bessere Idee? Vielleicht klopfen wir erstmal nur an und er gibt auf. Bevor du wegen der Beulen am Wagen einen Heulkrampf kriegst, probieren wir es. Danke, Herr Gerkahn. Was ist das jetzt für ein facken Baum? Warum kann man Bollen wenig umfahren? Oh, das ist so großartig. Jetzt, drei kurze Musik, drei kurze Musik, direkt zurück, jetzt, jetzt, nein, nicht uns! Was ist das eh? Ich weiß nicht, warum ich jetzt meine Beulen Sie sagen. Es ist halt so, was ich nicht im Ängel промirbelt? War ein BD-D, ja. Und das ist halt so großartig. War dein BD-D. War's einen BD-D. War ein BD-D. War ein BD-D-D-D. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist so gut, wenn ich den Polizisten bin. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so cool. Was? 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 Hhphh. Das ist jetzt nicht dein Ernst-Fucking-Auge. Ich bin wohl auf der Autobahn gekommen. Jetzt gibt doch mal was! Das sind die Autobahn-Kurin-Sahe, die nicht so schmack abhängen. Jetzt, jetzt, jetzt! Nein, ich kann den Dapper-Mail-Fuss! Komm wieder, unser Eis-Kai-Mack-Bell! So, jetzt, überziehen! Jetzt los! Komm, komm mal! Komm mal! Was? So, das war's, mein Freund! Dann nehmen wir mal gleich mit aufs Navier! Puh! Ach so, hier! Oh! So, schluss! Oh, ja, das ist alles drin! Kann man was wissen! Zentrale für Cobra 11, wir haben den Autodieb! Schickt jemanden, der den Wagen sicherstellt! Wir unterhalten uns schon mal mit dem Herrn, der so schicke Limousinen klaut! Verstanden, Kobalf! Ich hab nichts zu sagen! Du, wir haben ein kleines Stück vor uns, Kumpel! Und wir beide sind wirklich gute Zuhörer! Hast du auch die anderen Wagen geklaut? Ich will meinen Anwalt anrufen! Ach verdammt! Ich hab leider grad kein Netz! Ich auch nicht! Du hast also auch die anderen Wagen geklaut? Nein! Sicher nicht! Was hattest du mit der Karre vor? Verticken halt! An wen? So'n Typ! Der hat's auf diese Wagen abgesehen! Warum? In jeder Regal! Hauptsache er zahlt! Wir legen ein gutes Wort für dich ein! Also, wann und wo solltest du den Wagen abliefern? Heute Abend am Containerhafen! Na also, geht doch! Ich sag doch, wir sind gute Zuhörer! Alter, wir haben's doch noch mit der Schreckliste gesurft! Das freut mich natürlich! Puh! Ich hatte überhaupt nichts an! Ja, geht doch! Puh! So! Reife fahren! Oder? Gut, machen wir mal weiter! Wir haben ein Einsatztraining! Ach, die bitte! Zehn! 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 Ben! Okay, Ben hat die... Höchstste! Gut! Das glaubst du, ich würde ihn jetzt machen! So! Liebste Susanne! Liegt irgendwas an? Derzeit nicht! Liebster Sie mir! Fahrt das Revier ab! Wir melden uns, wenn was ist! Dienst nach Vorschrift! Wie schön! Sehr fälliges Opfer! Ich hab doch Einsatztraining gemacht! Aber ich hab trotzdem Einsatztraining ausgewählt! Sieh mir, lass uns bitte nur eine kleine schnelle Runde drehen und dann frühstücken! Ich hab heute echt noch nichts gehabt! Ich hab heute mit ganz ein bisschen Neues auf dem Weg gehabt! Wir sind jetzt schon immer mehr im Einzelnen! Wir sind jetzt schon mal auf! Ich hab' deine Reife auf dem Weg gemacht! Schnellschatz! Schnellschatz! Oh, wie geil!